Die fünf größten Fehler von Investoren und was du aus diesen Fehlern lernen kannst. Denn gerade diese Fehler sind die, die Investoren häufig Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende von Euros kosten. Und wenn du wissen willst, was du tun musst, damit du diese Fehler nicht begehst und was du vor allen Dingen daraus lernen kannst, erfährst du in meinem neuesten Video. Ich finde es gut, dass so viele Menschen in den letzten Jahren für sich erkannt haben, dass es endlich Zeit wird, ihre finanziellen Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und sie legen los, trennen sich zum Teil von Banken und Versicherungen, die am Ende des Tages viel Provisionen bekommen und doch am Ende viel zu wenig leisten. Ein gutes Beispiel ist tatsächlich immer ein ganz normaler Aktienfonds, wo man im Regelfall 5% Ausgabeaufschlag bezahlen darf, plus 3 bis zum Teil 7% im Jahr versteckte Kosten. Was das auf ein Hunderttausender Konto ausmacht, könnt ihr euch selber ausrechnen. 5% Ausgabeaufschlag, 5000 Euro einmalig. Plus 3 bis 7% versteckte Gebühren bedeutet nochmal im Durchschnitt 5000 Euro, die jedes Jahr verloren gehen. Das ist sicherlich eines der Fehler, die viele in der Vergangenheit gemacht haben. Du wahrscheinlich nicht mehr, weil du dich eben selber kümmerst. Noch schlimmer sieht es bei Versicherungen aus, wo man Fondsgebundene Lebensversicherungen kauft, weil da zahlt man sogar neben den Gebühren für den Fonds natürlich auch noch die Gebühren für die Versicherung. Aber ich gehe davon aus, dass du diese Sachen schon lange hinter dir gelassen hast. Doch was sind dann jetzt die 5 großen Entscheidungen, die dafür sorgen, dass die meisten Investoren auf ihrem Weg trotzdem immer wieder Probleme bekommen? Und das ist am Ende des Tages sehr, sehr einfach. Ich habe viele, viele hunderte Gespräche in den letzten Jahren mit unterschiedlichen Kunden geführt. Sei es Kunden mit kleinen Konten von 5000, 10.000 oder auch 25.000 Euro bis hin zu Kunden, die Hunderttausende, ja zum Teil sogar Millionen selber verwalten, wie beispielsweise in Stiftungen. Und das Ganze mache ich natürlich oft in Online-Kursen, aber eben auch in Live-Veranstaltungen, wie hier beispielsweise in Düsseldorf, Frankfurt oder München, eben auch wie auf Kreta oder eben auch in Zürich. Das heißt, ich nutze die Möglichkeit, mit den Menschen zu sprechen und zu schauen, okay, wo liegen denn im Regelfall tatsächlich die Probleme? Und die Probleme, die entstehen, sind oft wirklich dieselben. Man hat eine Strategie, die gut funktioniert, die einen positiven Erwartungswert hat. Diese setzen sie auch um. Doch was oft fehlt, ist tatsächlich der Bereich der Diversifikation. Das ist oft tatsächlich ein spannendes und aber wichtiges Thema, denn es nützt halt nichts, alle Äpfel in einen Korb zu legen. Es ist wichtig beim Investieren, gerade wenn die Summe immer größer wird, natürlich auf Diversifikation zu achten. Dass man nicht nur eine einzelne Aktie beispielsweise kauft oder fünf Aktien kauft, sondern dass man eben doch breit gestreut sein muss. Wir haben in Deutschland oft, dass wir ein sogenanntes Home-Bias haben. Das heißt, Deutsche neigen tatsächlich dazu, hauptsächlich deutsche Aktien zu kaufen, deutsche ETFs zu kaufen. Im besten Fall noch einen Euro-Stocks, der Europa umfasst. Aber das ist ja keine wirkliche Diversifikation. Und wenn der Markt dann natürlich einmal in eine Rezession kommt oder wie Corona oder auch im letzten Jahr beispielsweise einen Krieg, dann macht das Ganze natürlich trotzdem immer wieder diese unangenehme Geschichte, dass die Märkte dann natürlich fallen und wir keine Möglichkeit haben, durch Diversifikation das Ganze gut aufzufangen. Das heißt, hier macht es natürlich Sinn, darauf zu achten, eben auch noch andere Asset-Klassen mit dabei zu haben, wie beispielsweise Gold, was sich vor allen Dingen in Krisenzeiten sehr gut entwickelt. und gerade in den letzten Monaten wieder sich aufgemacht hat, Richtung neue Hochs. Anderer Punkt, wo man auch gut diversifizieren kann und was natürlich die reichsten Menschen dieser Welt machen, ist in unterschiedliche Währungen zu investieren und natürlich auch in andere Bereiche wie beispielsweise Immobilien. Das ist eine gute Diversifikation, wenn man ein großes Konto hat. Je kleiner das Konto ist, desto schwieriger ist natürlich der Bereich. Klar, da muss man eben mit verschiedenen ETFs über die verschiedenen Asset-Klassen dann am Ende des Tages gehen. Aber Diversifikation ist ein großer Fehler, der oft eben gemacht wird, dass man es eben nicht macht, dass man glaubt, ich bin ja diversifiziert, indem ich beispielsweise einen einen Index kaufe, wie beispielsweise auf den DAX, wo ich in 40 Werten drinne bin. Aber wenn ein Markt fällt, wie beispielsweise zu Corona oder auch im Jahr 2022, Krieg in der Ukraine, dann ist man nun mal auch da leider betroffen. Das zweite große Problem, was da ist, dass Investoren sehr, sehr häufig, und das fällt mir auch bei Investoren auf, die große Vermögenverwaltung ist, auf Bauchentscheidungen. Dass man aus dem Gefühl heraus eine Entscheidung trifft und dann merkt, auf diesem Weg fühle ich mich vielleicht doch nicht so wohl. Das heißt, man hat sich nun entschlossen, einen bestimmten Weg zu gehen, dann kommt ein Stolperstein und man lässt sich dann davon im Prinzip wieder abbringen von seiner ursprünglichen Idee. Auch das ist oft etwas, was vielen Investoren passiert, gerade wenn sie am Anfang stehen. Punkt 3, und der ist sicherlich einer der entscheidendsten, und zwar ist es die Positionsgröße. Nehmen wir an, du hast ein Portfolio von beispielsweise 250.000 Euro. Du kannst es ja selber nach oben oder nach unten skalieren, je nachdem, wo du stehst. Und du sagst, naja, diese möchte ich jetzt gerne beispielsweise im Aktienmarkt investieren. Die Frage ist aber trotzdem, bist du in der Lage, die Schwankungen, die es am Aktienmarkt gibt, am Ende des Tages auch auszuhalten. Also kannst du damit umgehen, wenn beispielsweise wie zu Corona innerhalb von sechs Wochen der Markt um 40% gegen dich läuft. Denn immerhin sind 40% von 250.000 Euro 100.000 Euro. Positionsgröße ist ein entscheidender Faktor. Denn wenn du 250.000 investiert hast und der Markt wirklich gegen dich läuft und du nicht diversifiziert bist über unterschiedliche Asset-Klassen, wirst du erleben, wie schmerzhaft es ist. Es ist nur ein Buchverlust, kein realisierter Verlust. Und wenn du weißt, was du tun musst, und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, das ist der Handelsplan, dann wirst du natürlich von dieser Krise massiv profitieren, dann nämlich, wenn du weißt, dass du in diesen Krisen nicht verkaufen darfst, sondern Investitionen tätigen musst. Denn die größten Portfolios dieser Welt, die größten Vermögen, wurden immer ausnahmslos in Krisen geschaffen. Und das ist der entscheidende Faktor. Das heißt, du musst nicht nur wissen, was du am Ende des Tages in deinem Portfolio kaufen möchtest, sondern du musst vor allen Dingen wissen, auch wann musst du agieren. Deswegen ist der Handelsplan einer der entscheidendsten Faktoren, die dann am Ende des Tages dafür sorgen, neben der Positionsgröße, dass du eben zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen triffst. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der selbst Trader und Investoren fast immer den Schlaf raubt. Und man will doch als Investor eigentlich super entspannt sein. Ihr habt ein Portfolio aufgebaut, was diversifiziert ist, was einen positiven Erwartungswert hat. Ihr habt einen Handelsplan dafür, wenn es eine Krise gibt, wie ihr hier wirklich aktiv handeln wollt. Und dann macht ihr einen entscheidenden Fehler, der doch wieder dafür sorgt, dass ihr nervös werdet. Und das ist es, täglich in sein Handy zu schauen, in sein Portfolio zu schauen, wie sieht es denn aktuell mit meinem Kontostand aus. Und wenn es nach oben läuft, ist das natürlich gut. Ihr habt ein gutes Gefühl. Ihr wisst, wo ist der neue Höchststand in eurem Konto. Ja, und dann kommt irgendwann die nächste Krise. Der Markt läuft gegen euch. Und jetzt schaut ihr natürlich weiterhin auf euren Kontostand, weil ihr es gewohnt wart aus der Zeit, wo es doch gut gelaufen ist. Und jetzt seht ihr jeden Tag, jeden Tag, dass hunderte oder tausende von Euros Buchverluste bringen. Es sind ja keine realisierten Verluste, sondern es sind Buchverluste. Und sie sorgen dafür, dass ihr nervös werdet und überlegt, soll ich mich wirklich an meinen Handelsplan halten? Deswegen mein Tipp an euch. Und das kann ich euch aus tausenden von Gesprächen sagen. Ich habe hunderte von Kunden betreut in Mentorings, in Coachings, dass das auf der Punkt ist, der dafür sorgt, dass ich immer wieder Anrufe bekomme. Was soll ich tun? Mein Konto ist jetzt gerade die und die Summe hinten. Und ich dann sage, wie viel Prozent sind es denn? Ja, sieben Prozent. Ja, und dann sage ich, okay, und wie weit ist der Markt denn insgesamt gefallen? Ja, 20 oder 30 Prozent. Ja, ist das aber nicht ein gutes Ergebnis, in dieser Krise nur sieben Prozent hinten zu sein? Ja, aber das sind so und so viel tausend Euro. Da ist die Problematik. Man rechnet das immer dann in Euros. Den Tipp, den ich euch mitgeben möchte, ist, wenn ihr schon in euer Konto schaut, dann freut euch bitte tatsächlich über die Gewinne in Euro, wie groß sie auch immer sein mögen. Hunderte, Tausende, Zehntausende von Euros. Aber wenn der Markt gegen euch läuft, dann schaut euch wirklich nur an, wie viel macht es prozentual? Weil unser Gehirn kann mit prozentual Zahlen nicht viel anfangen. Sieben Prozent Minus gibt keine Dramatik in unserem Gehirn. Und nutzt dann eure Handelsstrategie, um von fallenden Kursen am Ende des Tages zu profitieren. Wenn du diese fünf größten Fehler für dich eliminieren kannst, dann wirst du ein entspannter Investor, der Jahr für Jahr hohe und zweistellige Renditen für sich vereinnahmen kann. Und du wirst genau wie ich überhaupt nicht verstehen, warum die anderen Investoren oft so in Panik geraten. Doch machen wir uns nichts vor. Die Investoren, die in Krisen in Panik geraten, sorgen dafür, dass wir große Vermögen aufbauen können. Denn wir brauchen immer Menschen, die Angst und Panik haben, die, wenn Märkte fallen, verkaufen, damit wir günstig einsteigen. Und du musst nur die Entscheidung treffen, möchtest du ein ruhiger, bedachter Investor mit Handelsplan werden oder möchtest du dich weiter vom Markt treiben lassen. Ich hoffe, du hast wieder einiges für dich mitnehmen können und wünsche dir viel Erfolg und richtige Entscheidungen zur richtigen Zeit.